Herzlich willkommen bei Emma Perlen, Ihrem Ansprechpartner für Reinigungsleistungen und Gartenpflege in der Region Lückte. Unser freundliches Team ist für Sie im Einsatz und unterstützt Sie ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. Ob Reinigungsarbeiten, Wäscheservice, allgemeine Haushaltshilfe oder Gartenarbeiten. Ob einmalige Leistung, zeitlich begrenzte Unterstützung oder dauerhafte Lösungen für Ihre vier Wände, Ihre Praxis oder Ihr Büro. Nutzen Sie unseren Service im Bereich Garten, Terrassen oder Balkonpflege. Wir verwandeln Ihren Außenbereich in eine grüne Wohlfühloase. Wir legen bei all unseren Leistungen größten Wert auf eine saubere, gründliche Arbeitsweise und kümmern uns um Ihr Zuhause, als ob es unser eigenes wäre, damit Sie sich rundum wohlfühlen können. Emma Perlen. Persönlich, individuell und gründlich. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.